So, die Frage ist jetzt, hier kann man Klamotten kaufen oder nicht? Sieht zumindest so aus. Und da hinten ist nur ein Stern drauf. Vielleicht ist der das ja. Ich glaube es ja jetzt ehrlich gesagt nicht. So, nee, natürlich wieder nicht. Es ist wieder was anderes. Ja, irgendein Kram, der richtig scheiße aussieht. Obwohl die weißen Stiefel, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber das bringt mich jetzt immer noch nicht weiter, weil ich ja immer noch diesen Notar brauche. Und hier ist kein Notar drin. Da kannst du nur was umbenennen. Hier ist so auch nichts. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam hier. Ich komme ja auch nirgendwo rein. Hier komme ich ja auch nicht rein. Kann ich wohl übernachten, so wie es aussieht. Da hinten ist der Tiersalon. Da ist nochmal so ein normaler Salon. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt da günstiger bekommen oder so. Moment, Moment. Ja, das ist auf jeden Fall ein normaler Salon. Hm. Mit dir kann ich auch nicht reden, oder? Das ist ein Wachmann. Ich gehe nochmal eben gucken. Ähm. Ne, laufend. Wenn ich diese Briefe... Ja, das ist klar. Hier ist mein Schlüssel für das Schließfach in Fort Pinter. Ich bin doch jetzt in Fort Pinter. Ja. Du findest die Besitzurkunde darin. Hole sie und bring mir den Schlüssel zurück. Ja, aber wo ist dieses blöde Schließfach? Das ist die Frage. Weil hier ist auch keine Bank oder so. Also, ich habe mich wohl ein bisschen vertan. Ich brauche wohl keinen Notar oder so. Aber ich brauche halt ein Schließfach. Oh, jetzt machst du das mal. Toll. Komm, steig ab. Da läuft eine gegen ihr Pferd. Die weiß auch nicht genau. Achso, die heißt Runners Team. Die muss laufen. So. Ja, ich habe es geahnt. Aber jetzt... Moment. Ich gucke mal eben. Ach, da kann man andere Frisuren noch machen. Ach, du Scheiße. Okay. Ich könnte mir schon vorstellen, wer das eventuell macht. Die wären jetzt natürlich günstiger gewesen. Das war so klar. Okay, ein Seitenzopf. Ja, die, die am beliebtesten sind, die sind dann auch die teuersten, so wie es aussieht. Boah, sind die mega teuer. Das kann sich ja keiner leisten. Kann ja nur einmal am Tag hinkommen. Aber ansonsten sieht es schon nett aus hier. Ja. Oh. Oh. Guck noch mal hoch. Ich will dich noch mal streicheln. Oh. Ja, genau so. Okay, so. Da man ja leider die UI hier nicht wegmachen kann. Ja, aber wo finde ich jetzt hier ein Schließfach? Ich würde sagen, hier gar nicht. Kommen wir da hinten dann wirklich nicht rein? Nee, hier kommen wir nicht rein. Das ist doof. Ich werde es jetzt da hinten noch mal probieren. Wo. Oh, hier ist Gruppentreffen, so wie es aussieht. Wo man sich ein Zimmer nehmen kann hier. Also zumindest denke ich das. Nein, du darfst gerne ein Stück zurückgehen. Komm. So, stopp. Nein, stopp. Stopp. Aber hier kann man wirklich nicht reingehen, glaube ich. Nee. Nee. Also der zeigt mir irgendwas dahinter an. Aber nicht das, was ich brauche. Das ist schlecht. Ja. Falls einer von euch weiß, wie ich an dieses blöde Bankschließfach komme. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil ich bin hier echt am Verzweifeln. Ich weiß sonst nämlich nicht, wie ich diese Quest hier weitermachen soll. Ich gucke hier draußen jetzt nochmal. Aber da kommt man nicht an ein Bankschließfach. Kann man höchstens an den Strand selber. Aber das bringt mir natürlich auch nicht allzu viel. Soll es nicht dagegen laufen? Hallo. Geh hoch. Los. Los. Oh, ey. Müssen die mal irgendwas einblenden, wenn man die UI rausgemacht hat? Da will man mal ein schönes... Einen schönen Cut hier. Hallo. So. Och, Leute. Ernsthaft jetzt. Ist nicht euer Ernst. So, wie? Ich muss von meinem Pferd absteigen. Ich wollte doch nur mal eben kurz was machen. Und zwar, wenn ich schon mal hier bin, dass es schön aussieht. Ja, geh, komm. Da unten kann man auch nochmal Klamotten kaufen. Was ist das hier? Achso, das ist für Lagerfeuer oder sowas gewesen, ne? Picknickkorb. Okay. Ja. Das ist natürlich scheiße. Also nicht das mit dem Picknickkorb, aber... Dass das hier so gar nicht funktioniert. Und irgendwie dadurch jetzt die ganze Folge für ein Eimer ist, weil ich überhaupt nichts gefunden habe. Ich meine, ich habe was Schönes gefunden, wo man... Wo man einkaufen kann. Und ich habe herausgefunden, dass es sauteuer hier ist. Und, ähm... Ja. Komm, wir probieren das jetzt nochmal mit dem Springen hier. Ah! Au! Oh, das war aber nicht so günstig. Och, arme Schätzelein. Ähm, ich glaube, ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen. Kann das sein? Nein, nein, nein! Auch nicht dagegen laufen. Warum gehst du denn nicht zur Seite, wenn ich zur Seite gehe? Du Dummhammel. So tust du dir doch nur weh. Hm. Also. Ja. Ich habe... Ich habe keine Ahnung, warum mein Pferd jetzt hier gerade scheut. Gehst du weiter? Los. Zackig. Ja. Da sind wir wieder bei dem Typen. Das ist doch Mist. Das ist wirklich Mist. Ja. Ich würde sagen, damit die Episode jetzt nicht noch länger wird, dass ich mich erst mal von hier, also nicht von hier, sondern von hier aus verabschieden werde. Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen angepisst, dass ich jetzt da nicht dieses Bankschließfach gefunden habe. Da hinten ist noch ein Leuchtturm, aber der kann ja eigentlich auch nichts damit zu tun haben. Ja. 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 Ja, sei es drum. Also ich versuche auf jeden Fall beim nächsten Mal, was das betrifft, noch mal weiterzukommen. Und vielleicht habt ihr ja bis dahin schon mal was in die Kommentare reingeschrieben, dass ich eventuell weiß, in welche Richtung ich muss, um das Ganze zu finden. Also das Bankschließfach. Das wäre wirklich absolut ideal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich auch gerne ein Like da lassen. Und ich hoffe mal, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.